Hallo Leute, wer ist eigentlich Gesundheitsminister hier im Land? Ach ja, war so ein gewisser Karl Lauterbach. Der fällt vor allem dadurch auf, dass er heute das eine ankündigt und verspricht und morgen was ganz anderes macht oder wieder zurückrudert und dann nochmal ein neues Projekt anfängt. Neuestes Highlight der Lauterbachschen Dreisprungpolitik ist der Umgang mit den Fallpauschalen in den Krankenhäusern. Fallpauschale, kurz erklärt, heißt, die Krankenhäuser kriegen nicht Geld dafür, wie sie behandeln oder was sie behandeln, sondern sie kriegen Geld für Diagnosen. Also das heißt, egal wie lange man im Krankenhaus liegt, mit derselben Diagnose kriegt das Krankenhaus immer dasselbe Geld. Ist jetzt verkürzt dargestellt, aber dass man es so versteht. Diese Fallpauschalen sind ein großes Problem, weil sie führen dazu, dass eben die Krankenhäuser auch Rosinenpickerei betreiben. Weil es gibt Fallpauschalen, die sind super lukrativ. Also beispielsweise ein künstliches Gelenk bei einer ansonsten gesunden und fitten Patientin einsetzen. Da verdienen die richtig viel Geld dran, das können die gut planen. Dann gibt es Sachen, die sind total unlukrativ. Das ist zum Beispiel alles, was mit Kinderheilkunde zu tun hat, weil es gar nicht planbar ist. Das ist alles, was zu tun hat mit Notfallmedizin. Das ist alles total unlukrativ und deswegen kriegen wir so eine Entwicklung, dass bestimmte Behandlungen sehr, sehr gerne gemacht werden und bestimmte Patientinnen und Patienten halt einfach auch mal irgendwie im Regen stehen. Das hat Herr Lauterbach, der im Übrigen einer der Väter der Fallpauschalen war in Deutschland, offensichtlich langsam erkannt, stellt sich vor den Bundestag und sagt, da das mit der Ökonomisierung der Krankenhäuser, das war ein Fehler und das müssen wir zurückdrängen und das Fallpauschalensystem müssen wir überwinden, fängt dann auch an, bei der Gynäkologie, Geburtshilfe und bei den Kinderstationen die Fallpauschalen abzuschaffen, macht aber gleichzeitig ein Gesetz, das diese Fallpauschalen jetzt auf den ambulanten Bereich ausweitet. Ja, man versteht ja die Welt nicht mehr. Also einerseits erkannt, Fallpauschalen sind der Ruin unserer Krankenhäuser und einer wirklich vernünftigen Patientenversorgung. Andererseits nehmen wir die Fallpauschalen jetzt, führen wir neue Fallpauschalen ein, also Herr Lauterbach, für den ambulanten Bereich. Ich kriege das nicht mehr zusammen, ihr wahrscheinlich auch nicht, also bei mir macht das so Sausen im Kopf. Ich habe das Gefühl, der will gar nicht wirklich die Fallpauschalen abschaffen, der will nicht wirklich die Ökonomisierung der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems überwinden. Immerhin hat er ja selber lange, lange im Aufsichtsrat eines der größten deutschen privaten Krankenhauskonzerne gesessen und da ordentlich mit dran verdient und ordentlich mit angeschoben, dass eben Krankenhäuser zunehmend zu Fabriken geworden sind, wo es vor allem ums Geldverdienen geht, um die Ärztinnen und Ärzte viel Zeit damit zu verbringen, Diagnosen aufzuschreiben, die ihnen dann wieder fehlt, sich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Ich bin dafür, die Fallpauschalen komplett abzuschaffen. Wir brauchen ein System, das die Behandlung von Menschen bezahlt und nicht irgendwelche Diagnosen. Ich bin dafür, die Behandlung von Menschen zu kümmern.